Hallo meine Liebe, bist auch du eine Blondine und vielleicht trägst du dein Blond schon seit mehreren Jahren und hast aber nach jedem Aufhellungsprozess das Gefühl, dass die Haarstruktur total darunter leidet, dein Haar sieht stumpf aus, vielleicht bricht es immer wieder aufs Neue, dann würde ich dir unbedingt ans Herz legen, die Wunderwaffe pH Bonder mitverwenden zu lassen. Dein pH Bonder sorgt dafür, dass während des Aufhellungsprozesses nicht nur die Farbpigmente abgebaut werden, sondern die Haarstruktur je nach Aufhellungsgrad auch so gut wie möglich gefestigt bleibt. Das heißt, du hast im Endeffekt ein super helles Blond und dann aber immer noch viel Glanz und eine geile Struktur. Ich bitte dich, wer will das nicht? Wir Blondinen kennen das Problem, dass das Haar so schnell stumpf aussieht, das hast du damit nicht mehr. Also lass dich gerne von mir das nächste Mal bei deinem Termin beraten und ich werde dir nochmal genaueres dazu erklären. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao.